Mit dem Konzil von Konstantinopel 381 n. Chr. sollte die arianische Frage endgültig beantwortet und geklärt werden. Natürlich existierte der Arianismus danach auch noch weiter, aber eben diese Streitfrage gelangte hier zu einer endgültigen dogmatischen Antwort. In der Folge sollte nun eine neue Fragestellung zu verschiedenen Positionen führen und zu neuen Streitigkeiten, und zwar ging es um die Frage, wie man sich die Verwirklichung von der göttlichen und menschlichen Natur in Jesus Christus vorstellen muss. Denn damit waren ja jetzt alle einverstanden, in Jesus Christus war Gott selbst, aber auch der Mensch selbst, und es ist jetzt die Frage, wie diese beiden Naturen, die göttliche und die menschliche, realisiert werden in Jesus Christus. Da bilden sich jetzt im Wesentlichen vier Positionen heraus, die man in diesem Schaubild eigentlich ganz gut entnehmen kann. Und sehen kann, man kann zunächst einmal unterscheiden zwischen den Modellen, die dem zugrunde liegen. Das eine Modell ist das sogenannte Logos-Sarks-Modell, also Logos-Fleisch-Modell, wenn man das so übersetzen möchte. Und auf der anderen Seite das sogenannte Logos-Anthropos-Modell, also Logos-Mensch-Modell. Dieses Logos-Sarks-Modell wurde von Apollinaris von Laodicea hauptsächlich entwickelt und mit dem wollen wir uns in diesem Video auseinandersetzen. Im kommenden Video wollen wir uns mit den Antiochenern und den Nestorianern auseinandersetzen, die einen Duophysitismus vertreten. Und im übernächsten Video soll es dann um die Alexandriner gehen, um Kyrill von Alexandrien, die zwar auch einen Duophysitismus vertreten, aber das Verhältnis von Menschheit und Gottheit in Jesus Christus anders deuten. Und in diesem Video zu den Alexandriner werden wir dann auch zu der Richtung und Strömung des Monophysitismus zu sprechen kommen. Diese Richtung wurde hauptsächlich von Eutychres vertreten. Gut, und damit können wir jetzt aber mit Apollinaris einsteigen. Apollinaris von Laodicea lebte von etwa 315 bis 390 n. Chr. und er war Bischof von eben der Region Laodicea oder im Griechischen dann Laodikea. Und dieses Gebiet liegt im heutigen Syrien. Er selbst greift das Logos-Sarks-Modell für die Christologie auf. Dieses Logos-Sarks-Modell ist uns ja bereits schon mal begegnet und zwar bei Arius. Allerdings in dem Sinne, dass Arius damit eben, also in diesem Modell gezeigt hat, dass Jesus nicht göttlich sein könne. Für Apollinaris von Laodicea ist dies nicht so. Also er vertritt schon die Meinung, dass eben der Logos göttlich ist. Aber er fragt sich eben, wie das nun realisiert werden konnte in Jesus Christus. Für ihn ist etwas ganz Wichtiges die Annahme, dass eben der Mensch aus einer Leib-Seele-Einheit besteht und die Seele eben, da wir eben Jesus als Menschen in seinem Körper gesehen haben, dass eben diese Seele durch den Logos ersetzt worden ist. Der Grund dafür ist für ihn auch relativ klar, denn Jesus Christus muss ja sündlos gewesen sein, um den Menschen überhaupt erlösen zu können. Das ist also das, was hier als soteriologisches Motiv angegeben wird. Das heißt eben, dass Jesus deshalb einen göttlichen Logos als Seele braucht, also den göttlichen Logos als Seele braucht, der sich eben nicht verführen lässt, der keine Sünden begeht. Und eben deswegen kann Jesus sündlos sein. Hätte Jesus tatsächlich eine menschliche Seele gehabt, das war eben für Apollinaris von Laodicea nicht denkbar, weil dann eben immer die Gefahr bestanden hätte, dass Jesus doch eine Sünde begehen würde und eben damit dann die Erlösung nicht möglich gewesen wäre. Das hat jetzt zur Folge, dass Apollinaris von Laodicea eigentlich die menschliche Natur für Jesus negiert und eben nur eine Natur Jesus zuspricht, und zwar den sogenannten Gott-Logos. Also wenn man so will, die fleischgewordene Natur des Gott-Logos. Er selbst, also Apollinaris, sagt aber trotzdem, auch wenn wir jetzt eben diese Natur des Gott-Logos annehmen, dass im Grunde Jesus Christus eine Mischung aus Gott und Mensch ist. Dazu kann man unten dieses Zitat sehen, das ich wieder aus Kessler entnommen habe, also aus dem Handbuch der Dogmatik von Schneider, aber das Kapitel ist von Kessler. Dort heißt es, nicht ganz Mensch, auch nicht Gott, sondern eine Mischung aus Gott und Mensch. Das ist im Grunde das, was Apollinaris von Laodicea vertritt. Allerdings ruft das natürlich auch heftige Kritik hervor, beispielsweise ein Einwand von Gregor von Nazianz. Das ist ja einer der Kapadokier, denen wir uns im letzten Video gewidmet haben. Dieser sagt, dass der Logos nur das erlösen kann, was bei der Inkarnation eben vorhanden war, was er angenommen hat bei der Inkarnation. Das heißt, in anderen Worten ausgedrückt, wenn Apollinaris sagt, dass Jesus eben keine menschliche Natur hatte, als der Logos Fleisch geworden ist, dann kann auch nicht der Mensch, also die menschliche Natur gerettet worden sein und damit auch nicht die menschliche Seele. Das heißt, eben die Erlösung wäre dann tatsächlich keine, die wirklich für den Menschen dann da gewesen wäre. Also das heißt im Grunde, dass Jesu Tod eben den Menschen nicht erlösen würde. Und das ist der Einwand und dieser Einwand sollte dann auf dem Konzil von Konstantinopel, das war ja im letzten Video schon das Thema, sollte eben abgelehnt werden. Das hatte ich in dem Video nicht gesagt, weil wir eben noch nicht zu diesem Logos-Sachs-Modell gekommen sind, aber auf diesem Konzil wird dann auch eben das Logos-Sachs-Modell abgelehnt, weil es eben nicht brauchbar war mit oder nicht kompatibel war mit den Ansichten der Konzilsteilnehmer und mit den Beschlüssen des Konzils. Das heißt, das Logos-Sachs-Modell hatte sich eben als unbrauchbar erwiesen, als nicht kompatibel und man braucht eben jetzt ein anderes Modell und das ist das Logos-Anthropos-Modell und das schauen wir uns dann in den nächsten beiden Videos genauer an.